Willkommen in der Anderswelt, in der Welt der Druiden, der Wehrwölfe und Feen. Kommt mit und begleitet mich, falls ihr euch traut. Ich beschwöre dich, mächtiger Fels, und mächtig sei das Tor in die fremde Welt, fremd sei ich in diesem wundersamen Land. Die Göttin Danu begrüßt uns in ihrem Reich, wenn man ihr angemessen begegnet. Das ist der Herr der Tiere. Er lehrt uns die Macht der Räucherstoffe und die Kunst der Wandlung. Doch in was wollen wir uns verwandeln? Vielleicht in einen Wolfskrieger, einen Wehrwolf, ein Kätzchen oder eine Maus. Das sucht ihr euch dann selber aus. Auf alle Fälle brauchen wir dazu einen Zaubertrank. Schaut vorbei und kommt mit. Wir suchen gemeinsam nach den Zauberkräutern.